so und damit auch wieder hallo und herzlich willkommen zu power world euch natürlich auch einen wunderschönen sonntag ich muss ganz ehrlich gesagt ich weiß gerade gar nicht was wir machen wollen außer weiter zu farmen holz zu fangen die papo hier haben wir jetzt hochwertiges metall viel und der ist noch gerade dabei mehr platte sammeln aber wir können immer noch nicht wir können aber nicht hingehen und die eine waffe bauen warum auch immer ich weiß nicht ich sortiere hier drüben noch mal die kisten und dann gucken wir mal das soll vielleicht zu dem einen oder anderen gebiet noch mal hin rasen wir haben ja jetzt eine hochwertige metallspitzhacke und die hochwertige metallachse noch nicht aber auch die wird dann bald gemacht jetzt weil wir sie jetzt machen können ob wir die materialien dafür haben wir gucken aber noch mal schnell nach dem ei ich denke wir haben ja auch noch viele eier so das ist fertig bestimmt wieder nicht okay wenn er nicht es ist aber nur ist das als arzneimittel zeichen weil wir mit dem russ darüber gehen ist es weg warte mal weg warte mal arzneimittel herstellung ok dann passt das ja da sind schon wieder 67 da ist nichts nehmen wir uns das nächste ei stimmt der macht den zement wir müssen noch knochen farmen für mehr zement das können wir machen aber wir nehmen uns erstmal noch mal ein normales eier so mit erst mal ein wasser ei und guck mal was dann an der kirche die ähm arm sagt hochwertiges prallöl können wir natürlich auch fahren und den riesen goschi vorfisch nein kräfte schnell reise entschuldigung brücke schmetterlingse doch verlassene kirche ja sich mal gerade was abfesten es war müssten wir da jetzt ja hier die rungs rungs haben ne oder mich keine coincoins ja auch nicht keine coincoins wo war das dorf hätten wir auch irgendwo ein dorf noch gefunden ne Was war das nochmal? Ah da. So können wir uns natürlich nicht hin passen. Ok, keine Coin-Coins. Also für Knochen. Sehr bescheiden. Natürlich nur um G-Bahn können wir auch nix machen. Zumindest löste ich das nix. Da kommt noch ein Kühlschrank. Doppelgrot-Linte. Die wär vielleicht echt gut. Amt-Gamm wär natürlich noch besser. Also warte mal, glaub ich muss Level 42 zu lang. Können wir noch einiges mit dem Bogen und dem Polz machen. Und das vorne ist unser Objekt. Der Pilierte. Er leitet automatisch nach. Ja, voll. Noch ein. Das ist doch. Da sind einige, ja. Ok, jetzt kommt ein Bogen-Shop unter dem. Oh, da kann noch mehr. Das ist ja gut. Sonst noch irgendwo einer, den wir vielleicht mal dringen haben oder sowas. Doch nicht. Aber wir müssen mal kurz noch ein bisschen verraten. Ach, doch, doch. Weder Huki. Die Munition, auch nicht schlecht. Sind alle Platz? Ja. Ok, bitteschön, dankeschön, wir haben sie das ja... Aber wir bleiben in der Kampfmaschine, warum auch immer so. Da sind noch zwei Bilder. Hä? Wenn wir die denn angezeigt... ...angezeigt und dann auf einmal doch nicht, weil er da fährt. So, da ist ein Frucht. Fisch hin. Mann, Mann, Mann. Der backt euch doch nicht. Der weg. Noch mal in Pange, über jetzt nicht. Nein, jetzt muss ich vorbei. Okay. Mal aber auch mit deinem Dopf laufen, oder? Ne, das ist ja drüben. Da ist ein Ei. Ei, 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 ei. Hallo Ei. Ich bin mal gespannt, wie lange es braucht, bis wir da... Da könnte auch eins aussehen. Bis wir da die fetten, also die legendäre Eier mal kriegen oder so. Wo wir nicht da weg sind. Wir fliegen mit, äh, wir steigen auf mit G. Ich bin ein bisschen im Ab-Huste-Modus. Also, bald ist es vorbei. Für euch zieht sich das leider ein paar Wochen durch. Nicht, dass ich bis dahin wieder Husten habe. Das wäre ja nicht Schande. Sagt euch mal vor. Gerade mit dem Husten fertig. Ich kann wieder was aufnehmen. Ich habe genug Folgen. Nehmen erstmal nichts auf. Und dann auf einmal, zack, husten wieder da. Dann müsste ich das, ähm, Let's Play komplett umnennen. Dann haben wir doch zwei Eier. Die Schlager ist auch wieder da. Das müssen wir uns sehen. Oh, wir haben kein... Wir hatten doch Energie. Wir sind ja so runtergegangen. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. Was da? Nein, ich will absteigen. Danke. Also, das hält das trotzdem noch wie eine F-Taste. Finde ich echt bescheuert. Ah, ne. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber wir hätten gerne nochmal was anderes fallen können. Aber es sind halt nur 0815 Rookies. die absolut keine Ahnung vom Leben haben. So viel wäre gesagt sein. Dankeschön. 07. Kein Talent. Ich mach das jetzt eigentlich weg. Im Endeffekt, das ist in Ordnung. Dann fahre ich mich mal zum kleinen Dorf. Guck mal, was der Händler dort anbietet. Hallo. Komm, schau auf jeden Fall schon wieder aus. Hallo. Paulhändler. Willkommen. Schau dich ruhig um. Ich spianne nur mit legalen Pauls. Keine Sorge. 10.000? Hm. Ich kauf noch mal. Gehen wir mal mit. Erfahrener Paulhändler. Am Anfang verimpft 50 verschiedene Arten. Okay, jetzt haben wir keine Knete mehr. Verkaufen. Ah, ich kann bei dem Pauls verkaufen. 135. Okay. Was wäre denn zum... Ich will doch die Box wechseln. Ich weiß mich doch. Achso, der hat die Insgesamte. Okay, was wäre denn so ein Boss? Das ist eigentlich nichts wert. Das ist fast nichts wert. Das wäre was wert, ja. Schau mal, ich habe den jetzt gerade für 10.000 Gold abgekauft. Und der will mir 400 davon geben. 1.000, 900, 1.000, 2.000 für den... Ja, du kriegst hier nichts. Ich habe schon mal eine Hülle erkündigt. Ich habe gehört, dass in Hüllen voll seltene Pauls sein sollen. Außerdem gibt es Pauls, die dort alle möglichen Schätze zusammenkommen tragen und horten. Wenn du mal eine Hülle findest, solltest du mir Bescheid geben, okay? Dann ist doch da weg. Da ist kein Händler. Nicht. Hier ist noch einer. 10... Ne, 30 Gold, okay. 1 Gold für die Eier. Ach, jetzt kriege ich es verkaufen. Können wir hier 210? Nein. Nur noch verkaufen. Das, bevor es weg ist. Noch nicht. Dann sortieren. In der Welt der Kommunikation ist das nicht so viel wert. Okay. 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 Gucken wir mal, ob wir das eine Zebra erst noch kaufen können bei denen da oben. Dann gehe ich erst mal unten in die Hülle rein. Das kann man mit etwas machen. Falls... Ich glaube, da wäre jetzt sonst irgendwas da. Kann ich mit treten? Jaaaa. So. Die haben wir mittlerweile. Die haben wir auch. Da ist nochmal Schwefen. Das braucht man gerade nicht. Ich will nur mal gucken, wie schnell wir das jetzt mit der hochwertigen Metallachse wegbauen. Ja. Wenig Energieverlust. Sehr gut. So ein bisschen musiklos. Ich weiß auch nicht warum. Ah, wir gehen ja gleich in den Kampf mit dem Weltkriegermusik. Was war das Einzige? Okay. Aber 300 Münzen. Haben oder nicht haben? So. Links war immer falsch. Deswegen gehen wir jetzt mal rechts direkt lang. So. Oh. Keine Rookie. Keine Rookies. Keine Rookies. Der Drift ist real. Gehen. Ach komm schon. Da sind wir oben. Okay. 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 Ah, das sind noch mehr. Hier drüben geht es auch nicht weiter. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Warum dann? Da unten bring ich immer noch nicht hin. Ich bring mich immer noch nicht hin. Wir sollten aber mal was futtern jetzt. Ich grillte Bär. Auf dem Quill. Welche Level haben wir eigentlich? Ich weiß nicht. Also der muss noch ein paar Level zulegen. Aber der ist schon echt gut eigentlich. Auch wenn der jetzt nicht, also keine besondere Fähigkeit im Moment hat. Ich grüße die antiken Bauteile. Ich gehe mal nicht auf den Boss. Ich gehe jetzt schon weg. Der hat dann beide besiegt. Ich gehe mal auf den Boss. Ein Stark ist ja weg. Wow. Er fesselt sich. Ja. Das ist natürlich immer bei zwei Fan-Kämpfern ein bisschen doof. Aber. Nämlich. Bei zwei Fan-Kämpfer können ja nicht so verkehrt sein. Würde ich sagen. Und der ist Level 29. Ich könnte auch mal in sein Repertoire gucken. Eigentlich im gesamten Team. Aber das ist glaub ich ja mit der stärkste Aqua-Schuss. Die Schwächste. Den Panzerwirbler. Nehmen wir mal raus wie den Aqua-Schuss. Das kann Brachenwelle, Eisschnitter, Eisrakete. Und äh. Ja. Die lernen immer direkt eigentlich die sexen Attacken soll ich sein. Okay. Nightwing. Ja. Ja. Wir können eigentlich die besten Attacken im Moment für ihr Level. Und nochmal. Er kann das nicht. Das ist doch eine. Feuertechnik Feuerschuss. Okay. Ah. Okay. Also falsch. Das ist nicht so. Ich warte leider. Aber haben wir jetzt wieder was gelernt. Oh. Ich hatte jetzt einen Griffschuss. Einen Bauplan. Für. Campus. Okay. Den können wir aber. Beim Händler verkaufen. Der bringt uns so nix mehr. Ja. Oh. Es ist dunkel. Ja. Es ist dunkel. Oh. Der Besucher ist wieder gegangen. Das war ein Besucher. Gar nicht gesehen. Hallo. Er kaufen. 1000 Gold. Nämlich. 400 dafür nur. Den verkaufen wir mal. Der bringt 1500 pro Ding. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Aber hiervon gebe ich im Moment nix ab. Ich danke. Aber zu dem einen holen das nächste Elektro Pferdchen. Und gucken dann zu Hause mal was sie können. Nachdem wir natürlich gepennt haben. Ja. Ach. Jetzt bietet der andere an. Den haben wir noch nicht. Und den haben wir auch noch nicht. Dankeschön. 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 Also wissen wir was wir machen. Da sind wir auf die Kativa. Ja nicht Kativa. Hier das Ding kommt. Da heißt es Kativa. Ich weiß grad nicht. Wir schlafen alle. hier. Sehr schön. Wir müssen auch mal die hochwertigen Betten bauen. Auch für uns. Ich nehme die Kisten sortieren. Damit die Sachen nicht kaputt gehen. Okay. Was machst du? Ich weiß es nicht. Chippe ich vielleicht da rein. Muss nochmal sozieren. Versucht wahrscheinlich den Stein wegzumachen. Wenn er hinter ist. Wenn er hinter ist. Mach mal den mal weg. So schnell geht das. Jetzt müsste der aber auch wieder auf dem Weg nach draußen sein. Nein. Okay. Es gibt andere Maßnahmen. Haben wir denn noch einen davon? Moment nicht. hier. Ah. Bärensamen. Keiner. Kann das auch mal einen hier rein tun. Nein. Okay. Uns fehlt. Ja. Uns fehlt das Holz dafür. Wir wollten noch gucken was das Zebra kann. Wir ziehen ein bisschen ein. Weil wir haben auch wieder Pfeile. die dabei sind. Da müssen wir gerne produzieren im Moment. Aber die können wir erstmal weg tun. Ah. Das Gold tun wir hier rein. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Die Pfeile lagen da drin. Die haben wir jetzt wieder mitgenommen. So. Die ist auch fertig. Sehr schön. Der ist noch dabei. Ah. Er hat einmal den Baum kaputt gemacht. Was sie da so rein tun. Unglaublich. 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 Das habe ich ihm erst noch abgegeben. Ah. Den muss ich sagen. Das ist in Ordnung. So. Hier habe ich dann. Den muss ich hier unten hin. Euer Hauch. Um. Fruchtfurchtchen. Ne. Habe ich ja auch gebraucht. Aber Holz mit drin. Mein Gott. Was macht ihr? Ist das drin? Da sind hier tollsachen drin. Können einfach so machen. Ja. Den Rest geben wir ab. Ah ne. Nicht die hochwertige Metallachse. Und dann. Wir tauschen den Kink gegen die normale. Packen sie dann ein. Sortieren. Hier hinten nochmal sortieren. Dann machen wir das Ei auf. Guck mal was drin ist. Na. Dann gucken wir doch mal. Was hier drin ist. Okay. Von denen haben wir jetzt. Irgendwann auch mal so viele. Muss auch nicht mehr wissen. Warum damit. So. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich für zu sehen. Bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao.